So, jetzt müssen wir den mal ein bisschen hier auf die Perle rücken, wa? BAM! 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 Also wenn man den Dreh raus hat mit den Abwehr und so und dass man hinter den Gegner auftaucht, das ist richtig nice! Ha! In diesem Jahr hat nur die Nackermüsse nur so ein bisschen verletzt, was. Hehehe. 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 Ne? Piccolo-san war früher mit deinem Vater, oder? Ich finde das Spiel super. Ich finde das Spiel super. Aber ich habe gesagt, dass mein Vater zu sein war. Der Piccolo-san war, dass es nicht so schlecht ist. Ja. Ich habe auch etwas zu sagen. Ich habe auch meine Mutter und meine Mutter zu verraten. Unglaublich, wie nah das an der Serie dran ist, ne? Also richtig nah. Oh! Well, man. Well, man. Well, we're all gonna have to do that. Okay, we're all gonna have to do this. Well, we're all gonna have to do that. Okay. You're too strong, Kailo-sama. Okay, well, you're too strong. We're all gonna have to do this. Oh, well, there's a lot of power around. Oh, well, it's good, man. Oh, well, it's good. Genki-Dama, Alter. Ich denke, die schwierigste Aufgabe wird Nappa und Vegeta. Das ist ein superer Mann, oder? Das könnte man sich nicht mehr überraschern. Das war's für heute. Ich werde weitergehen. Das war's für heute. Wenn ich zu essen und zu essen bin... Das war's für mich. Ja, das war's für heute. Ich werde das für heute. Ich werde das für heute. Muss man manuell speichern, eigentlich? Tatsächlich, Alter. Also, das ist automatisch. Das kann nicht auf dem Platz für automatische Speicherung sein. Okay. Du hast nur drei Speicherungen. Okay, nee, doch nicht. Du kannst ja nach unten gehen. Ich gehe ja speichern automatisch, aber auch. Warte mal, nee. Oh Gott, diese Viecher nerven mir aber. Das könnte mir eventuell auf die Nerven gehen, wenn das so... Penetrant ist mit den... Wo habe ich jetzt noch gar nicht? Yamcho ist versteckt, oder? Was? Wuh! Es ist ein Wartner! Wuh! 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 Holy shit Dex! Stimmt, du hattest ja irgendwas! Warum waren das jetzt gebannt? Stimmt, dein Account war gebannt! Loll! Da kann ich mich noch dran erinnern! Stufe 1 Wuh! 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 Twitch Support, Alter! Wenn du auf ein Twitch Support verlässt, also wirklich, das ist keine gute Idee sich darauf zu verlassen! Wuh! 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 W elegaser Oh Gott, also ich muss sagen, ne? Und war unerwünscht das Spam. Was? Hä? Was heißt, da ist jemand in deinem Account gewesen? Und das dauert zwei Monate, bis das geklärt ist? Uff. Uff. Oh Gott, also das muss ich mal als Negativpunkt sagen. Diese Viecher hier gehen mir richtig auf die Eier. Das Spiel würde sagen, mach die Story? Ne, das Spiel würde mir sagen, ich bin zu stark anscheinend. Die Viecher sind mir echt ein bisschen nervig. Also ich verstehe gar nicht, warum die so oft da sind. Ich meine, ich verstehe, klar, das muss ja irgendwie... Also muss ja irgendwas zu tun haben, ne? Aber irgendwann wirst du ja so stark. Was ist von der Stadt hier? Irgendwann wirst du ja so stark, dass hier nichts mehr... Das sind ja Level 1er, weißt du? Und die gehen ja nicht weg. Bisschen viel Spam von dem Scheiß. Bisschen viel Spam von dem Scheiß. Hm. Neben dem Kunk wird noch gar nicht erwartet, dass du so viel erkundest? Natürlich. Also man kann schnell an denen vorbeifliegen, ja. Also dass man, dass man da die Bohnen links sieht, ist schon nice. Das bleibt nur nicht permanent. Voll nice. Alter. Das stört auch bei mehr Kunden, finde ich. Also es ist nicht sehr angenehm. Und du kriegst auch nicht so viel Erfahrung, dass du sagen würdest, oh, das lohnt sich ja super. und du kriegst also mit dem Siegarten A vergessen. Angela数 Nichts. Alle. Achso, ich bin der Ừ! Puhεν. Deine. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin so großartig! Was ist ein redenes Haus? Ah, so ein Kochvieh. Oh, ey, diese Drecksviecher, ehrlich. Okay, wesentlich stärker, dann gucken wir mal. Mann, Alter. 100, ja, nicht schlecht. Aber du kannst kochen. Stell dich doch zur Mutter in die Kü... Was? Ich glaube, mein kleines Handy hat gerade geklingelt. Management hat angerufen, ich weiß nicht wieso. Da ist er. Ah, der kann besonders... Ähm, gut. Ich musste Holt hochstellen. Ich hab keine Ahnung, wo ich hochstelle. Aber mir gefällt das so eigentlich. Die schweren Kämpfe sind schwer, die sind okay. Ich hab keine Ahnung, wo ich hochstelle. Ich hab keine Ahnung, wo ich mich hochstelle. Ich setz ihn mal hier hin. Äh, was haben wir denn hier für eine Bewertung? Yangshu... Yangshu... Yangshu ist der Beste. Hm. Halt mal die Fresse, Matze. Bist du besoffen, oder was? Mach dich aus dem Scheiß-Stream raus und leb dein Leben. Meine Güte, ey. Ich muss hier hoch, oder? Ich muss hier hoch nehmen, oder? Ich muss hier hoch nehmen, oder? Ja... Diese D-Medaillen haben für mich auch immer noch nicht so wirklich ihren vollen Effekt. Also es ist so... Ich weiß noch nicht ganz, was ich damit... Warte mal, muss ich hier nicht... Ach nee, ich muss hier hinreisen, okay. Das Kugeln sammeln geht mir nicht auf den Keks, bis dato, nee. Ich weiß ja, wofür ich das mache. Ich weiß nur nicht, warum sie es nicht in die Erfahrungspunkte mitverpackt haben, weil irgendwie die Erfahrungspunkte keinen Sinn machen. Also der Stufenaufstieg ist so... Du steigst auf, du kriegst ein neues Level, aber du kannst keine Superfähigkeiten skillen. Das brauchst du separat, das ist irgendwie komisch. Das sind doch diese Wichser. Basen... Was, Basen? Neue, Bruder. Basen zerstören? Das kann ich aber anders mit denen. Ich kann die einfach so kaputt machen, oder was? Ha-ha-ha-ha-ha. Wow. The fuck? Das war jetzt aber auch irgendwie... Ey, da ist der Reporter aus der Stadt. Das ist so ein großer, oder? Gucken wir es. Stufe 29? 29 ist vielleicht ein bisschen stark, Alter. Und das sind zwei, ne? Moin. Ich werde sowas von drauf gehen. Okay, Bruder. Guten Tag. Oh Gott. Ich mach keinen Schaden. Ich muss weg. Ich mach halt keinen Schaden. Ich mach legit keinen Schaden. Übrigens, du Schweine, du wusstest das. Ja, trau dich, du schaffst das. Das schaffst du nicht. Ja, kommt doch her jetzt. Ohne Mist, das geht mir so auf die Eier. Hey. 1 so wie siehst du es wie sich der teig beim bäcker füllen Das war's für mich. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh, Schöne Kombination gewesen. Hast du gesehen, wie der durch die Berge geflogen ist, Alter? Fast perfekt, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ich hab den aber auch anders rasiert. 53er-Kombo. Der Typ wusste gar nicht, was ihm passiert, ey. Wir werden wahrscheinlich die Ankunft der Saijin morgen spielen. Weil ich mit den Hunden raus muss. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Wir fahren. Oh mein Gott, halbe Abhängigkeit. Ja okay, wir spielen das noch. Alles gut. Dann geh ich gleich kurz mit den Hunden raus, wir machen eine kurze Pause und dann spielen wir das heute noch bis zum, ähm, bis die D-Spa. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, hier sind 8 Millionen Erfahrungspunkte, bitte, für deine Zeit, die du bei uns warst. Der Aufstieg, ich sehe es. Ich wusste gar nicht, dass die in der Stadt auftauchen. Aber nur Raditz außerhalb. Wir haben einen Hype-Train. Doch, die sprengen die noch. Ach, scheiße, die haben übelst... Stimmt, die explodieren jetzt einfach. Oh nein, genau, der macht jetzt... Und dann ist alles weg. Ach, scheiße. 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 Bis zum nächsten Mal.